Und ja halli hallo liebe Freunde und wir sind wieder bei, ja natürlich erraten, Schusset. Und wir mal natürlich mal wieder angeben. Und wir nehmen wie immer unseren kleinen Golf. Mit dem kriegen wir es am besten hin. Ja, 8000, mit dem auch. Ja, das ist ein Witz. Jubelwerk. Witz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und wir fähnen mal auf Ja Dann ist es auch mal Donau-Way Man weiß aber, was man noch mal anzieht Was ist ein Kumpel? 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 Kumpel? Was ist ein Kumpel? Was ist ein Kumpel? Kumpel? Was ist ein 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 Kumpel? Na... Oh ja, so gut schon. Ja. Ah ja. Da habe ich doch einen Schein etwas verklickt. Und dann lassen wir das Auto mal wieder von unseren drei Teamkollegen und haben da Teile herfahren. Ich mache denen auch keinen Vorwurf, aber das ist halt die schnellste Möglichkeit. Bei einem 3er Teamrennen, ich kann nur 2 Minuten fahren. Aber... Und irgendwie faul. Vor allem muss ich hier ja noch trainieren. Oh ja, die Karre ist ja mal wirklich schlecht. Wir müssen nicht immer noch unseren Teamkollegen hängen, wenn wir uns die Karren aber auch wirklich im Rechenraum haben. Wie gesagt, bei welchem Fahrzeug muss man wirklich feinfühlig umgehen? Genau. Ja. Da fährt man mal, das ist doch ein bisschen auch kalt. Ja. 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 Sehr gut aus, aber. Das sieht man an dem Fahrzeug hier auch. Naja. Das ist mal ein Eintritt. Ja. 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 So. Und hop, 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 hop. Das war nichts. Nein. Die Fahrzeug ist auch ein bisschen weit zu fahren. Oh ja, nur Negativpunkte. Komm her. So. Ich beende die Folge jetzt erstmal. Und wir sehen uns dann mal wieder. Bis denno.